Mia, wie zufrieden bist du mit deinem Riff? Sehr gut. Was war für dich so das beste an deinem Riff? Die Mittellinie. Und wie glaubst du, sind jetzt deine Chancen? Zweiter, Erster oder Dritter. Klasse. Was reitest du denn noch? Ich reite noch ein Parcours, so Geschicklichkeit und hintereinander reiten mit Fremden. Und wie ist die Stimmung bei euch im Team? Gut, wir sind ganz viele Deutsche, auch Deutsche und andere Länder. Hast du denn noch schon andere kennengelernt aus anderen Ländern? Ja, viele beim Mittagessen und so. Okay. Und was glaubst du vom Reichen her, von den Nationen, welche reitet am besten? Die Deutschen. Und welcher Wettbewerb ist der, auf den du dich jetzt am meisten freust? Mit den Stangen. Okay. Was glaubst du bei uns im deutschen Team? Werden wir noch ein paar Medaillen gewinnen? Ja. Wie viel gewinnst du? Drei. Sehr schön. Hat sich denn die ganze Mühe, du hast ja ganz viel getrainiert? Ja. Hat du dich losgezahlt? Ja. Beim Reitestall sagt Uta immer, dass ich doof reite und hier einfach gut. Ist es aber schon was anderes, heute hier da rein zu reiten, oder? Ja. Ja. Bist du dir nervös gewesen? Nee. Nee? Warum bist du nicht nervös? Weil ich das kenne. Ja. говорил schon was. Ja. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein!